Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Life is Strange True Colors. Ja, wir sind mittlerweile Ersatzbedienung, weil unser Bruder unterwegs ist. Ich hätte da einen Rat. Okay, schauen wir erstmal, was er sich denkt. Ja, wir wollen jetzt das mal abchecken. Können wir denn das nicht? Klingt, als würde Ducky Gabe gut kennen. Können wir momentan nicht. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Was liegt hier rum? Oh, hey. Jemand hat einen Kurs über mein Leben entworfen. Was ist das? Dankbarkeit im Mitten im Chaos finden. Ja, das hat man schon mal gesehen. Was ist hier für ein Foto? Das ist ja von gestern. Okay, ja, das sieht man auf der Couch oben. Da hat man ja den Whisky gefunden. Da haben sie hier noch etwas nachgefeiert. Werbung? Vielleicht gehe ich irgendwann in den Zirkus, wenn ich besser mit Menschenmengen umgehen kann. Der Zirkus ist da. Was gibt's da? Ungewöhnlich freundliche Bedienung? Nicht schlecht, Brüderchen. Okay, ein bisschen Werbung für die Black Lantern. Eine Kneipe, wie sie sein sollte. Ja, Bedienung 4,9. Betrifft natürlich unseren Bruder. Oh, oh. Scheiße. Jetzt hat Mac Angst. Wenigstens dreht er nicht durch. Dann lässt er mich nicht die Kontrolle verlieren. Ja, der hat sich ja ganz schön verbrügelt. Hey, man meint es ja ziemlich ernst mit diesem Fest. Ein Brotbackwettbewerb. Okay. Was gibt's da noch? Apotheken-Gutscheine. Gutscheine für Weed? Welch glorreiche Zeiten. Er ist ja Colorado. Das wissen wir ja, dass in Colorado legal ist. Hier betrieb Amelia Goldstein, neun Jahre lang ein Gästehaus. Okay. Sie starb im Alter von 32 Jahren an der Krippe. Ich weiß nicht, was er sich denkt. Können wir denn oder können wir nicht? Ah, jetzt. Du Idiot. Du wirst sie verlieren. Du wirst sie verlieren. Und das ist alles eine Schuld. Wenigstens damit hat er recht. Ja. Jet wollte, dass ich hier abräume. Das war ja bloß die Vermutung. Scheiß, Alter. Kann ich kurz mit dir reden? Was willst du von mir? Hör mal. Was oben passiert ist, war komplett gestört. Von uns beiden. Was genau meinst du damit? Riley ist auf dem Weg hierher. Sie ist ziemlich sauer. Und es würde nicht helfen, alle Details auszuplaudern. Okay? Ja. Er ist ja so eifersüchtig. Du willst also, dass ich lüge, um deinen Arsch zu retten? Nein. Nein, lass mich. Überlass das mir. Warte, sie macht sonst sicher Schluss mit mir. Wir sind seit vier Jahren zusammen. Sie ist das Beste, was mir je passiert. Bitte, hilf mir dabei. Ich weiß nicht, Mann. Scheiß. Was ist eigentlich dein scheiß Problem? Oh mein Gott. Was ist mit deinem Gesicht? Ist halt so wild. Lass. Was hast du dir dabei gedacht? Wo ist Gabe? Was interessiert dich das? Weil mein angeblicher Freund sich gerade mit ihm geprügelt hat. Also ganz ehrlich. Es reicht. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung sonst. War's das? Das war nicht meine Schuld. Ich wollte nur mit ihm reden. Worüber denn? Über dich! Und warum ihr euch ständig hinter meinem Rücken trefft. Okay. Und wie kam es zu der Schlägerei? Das Arschloch hat mir einfach eine verpasst. Okay. Also nicht direkt eine verpasst, aber er hat eindeutig angefangen. Oh Gott. Warst du auch da? Tja. Ja, das haben wir jetzt einfach mal weiteren Ärger vermeiden. Ja, ich war da. Aber ich muss jetzt arbeiten. Klar, Alex. Wir machen uns vom Acker. Ihr zwei seid so kindisch. Wirklich unglaublich. Ich weiß. Tut mir leid. Es macht mich rasend, wenn ich an euch beide denke. Alex Chen? Äh. Also. Sie waren anwesend, als ihr Bruder McLeodden angriff. Ich bin Jason Pike. Deputy Sheriff. Ich muss Sie und Ihren Bruder zur Befragung auf die Wache nehmen. Wird ich verhaftet? Wollen Sie mich etwa verhaften? Dein Gesicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Oh Mann. Oh, ich mach nur Witze. Niemand steckt in Schwierigkeiten. Ach, Gabe und ich verarschen uns immer. ich wurde noch nie von einem polizisten verarscht sie haben mich echt erwischt freut mich dass du darüber lachen kannst willst du vielleicht ein drink vielleicht ich bin gerade bei der arbeit gut ich bin in der bar wenn du was trinken willst komm einfach um ok nicht so besonders witzig aber na gut so jetzt schauen wir mal wo die steff sitzt und das weiß ich wirklich zu schätzen da haben wir noch aufgaben sie noch steff vielleicht von der seite kann man nicht ein neuer berg auch weiter ganz von vorne anzufangen ist verflucht furchterregend und wie eben sagen sie das meine fundierten kenntnisse über orientierung in der wildnis sagen mir dass hier wirklich viel wildnis ist das ist dann die mini wahrscheinlich weil es auch hinweis zur abstimmung der stadtrat ist die maßnahme zu beschließen also da geht es wieder um die mini die wollen beschließen ob die das machen dürfen oder nicht nur 45 dollar für die chance von einem bären gefressen zu werden achtung für begrenzte lizenzen 26 april 20 uhr lizenzgebühren das ist das mädchen aus dem plattenladen steff alex oder ich bin steff hey willst du was essen oder trinken nein nein ich brauche nichts aber danke tut mir leid dass ich im plattenladen nicht quatschen konnte setzt sich doch hin dann quatschen wir jetzt schau mal woran arbeitest du ist das die liste aller platten nein das ist mein charakterblatt weißt du was ein lab ist ich habe den begriff schon mal gehört live action role play es ist wie ein tabletop rollenspiel aber im echten leben kostüme schaumstoff waffen zauber sprüche echt genial ja das ist nächste woche sie fahren mit mir hin ist ihr erstes mal ich bin voll aufgeregt meinst du du wärst irgendwann auch mal dabei ja ich probiere es aus wenn du und gäbe es mögen muss es richtig spaß machen mega also bist du mit jemandem hier oder das ist ryan zeug hat mich für gelb sitzen lassen sie holen einen verbandskasten er spielt wieder den helden ryan macht das jedes mal liegt wohl in der familie hast du von jets rettung gehört das war eine große sache als er noch in der mine war rettete er ich glaube ja nicht alex freut sich sicher auf viele helven infos sorry jet er gibt nicht gerne damit an aber wenn du dich um siehst findest du überall infos dazu interessant dann fragen wir heute trotzdem noch mit was mit dem schnaps ist ist das dein schott was ist das das ist verzauberter kiwi schnaps den bestellt sonst niemand also bringt gelb ihm mit dem jukebox game unter die leute das jukebox games ist wie eine kurzversion von wer bin ich nur hier geht es um songs wer falsch rät der trinkt ein schott ryan und ich wollten spielen spielst du für ihn ja dann spielen wir einmal mit ok yes also ich will ein song aus du bekommst fünf ja nein fragen und dann musst du ihn erraten ok fünf fragen hab ein jetzt bist du dran schauen wir mal also was willst du mich fragen wenn ich sie durch ihr fällt mir bestimmt eine gute frage ein ok da schauen wir jetzt erstmal durch wo sind das viele wie soll man uns das merken ok ok das waren jetzt die band namen ja dann fahren wir gleich mal zu den band namen ja dann fahren wir gleich mal zu den band namen ok ein symbol ok ja ein symbol das wäre ja quasi das symbol da ja dann fragen wir mal ist das nur ein wort ist der band name nur ein wort es ist mehr als nur ein wort also mehr als nur ein wort also dann wäre es das schon mal das 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 ok vielleicht einmal zum cover das können wir zum cover fragen bild eines tieres ist ein tier auf dem cover nein keine tiere ach schade einige davon sind echt süß voll oder ok 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 keine tiere ok das wissen wir ja besteht aus mehr als einem wort das ist noch mal zum cover sind menschen auf dem cover nein nein auch nicht ja nein zwei fragen hast du noch übrig ok ok dann können wir die schon mal ausschließen das können wir ausschließen das können wir das ist ein tier das sind tiere das ist ein tier das sind meiner ansicht nach menschen tier menschen natürlich ein tier auch nicht ok letzte frage ja Ja, ist ja gut, ich weiß ja. Okay, also da wäre es dir quasi. Könnten alle drei sein. Das könnte man auch zum Kala persönlich. Okay, das wissen wir nicht. Was können wir noch zum Cover fragen? Enthält den Bandnamen vielleicht. Genau, das wäre ja quasi das. Okay. Ist der Bandname auf dem Cover? Ja. Ja. Damit wären es fünf. Wie lautet dein Tipp? Ja. Ah, lass mich noch einen letzten Blick darauf werfen. Fassen wir zusammen. Der Bandname besteht nicht nur aus einem Wort. Keine Satzzeichen im Songtitel. Keine Tiere auf dem Cover. Keine Menschen auf dem Cover. Der Bandname ist auf dem Cover. Du meinst, das reicht, um es zu lösen? Mal schauen. Ja, das ist eine Rappenreihe. Fuck. Ja. Nicht schlecht. Dann runter damit. Aber sie trinkt auch einen Kiwi-Schnaps und tustet. Okay. Danke fürs Spielen. Hat echt Spaß gemacht. Mir auch. Ich sollte jetzt weiter arbeiten. Okay. Ich habe gemacht, was Jet wollte. Ich sollte ihn fragen, ob er noch was braucht. Ich denke, ich sehe in meiner Zukunft noch viel vom Jukebox-Spiel. Okay, da hat sie jetzt gleich hier reingepostet. Spielt nicht das Jukebox-Spiel mit Alex? Okay. Okay. Ich werde nie bei euch stolzer. Oh. Ist das wirklich Ryan? Ich bin Granny Ryan. Was haben wir sonst noch? Ja, den haben wir eigentlich. Dann könnte man beim nächsten Mal in der nächsten Folge dem Chat Bescheid sagen, dass wir alle Aufgaben erledigt haben. Okay, prima. Dann ist diese Folge schon wieder rum. Ich danke euch fürs Zuschauen, freue mich schon auf die nächste Folge, bin schon gespannt, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.